Wir freuen uns so richtig auf die dunkle Jahreszeit, wenn dann alles so schön glitzert und funkelt, oder? Ja, wir haben die besten Deko-Elemente für Sie mit Licht, die es so richtig gemütlich machen. Und zwar für den Innen- und auch für den Außenbereich. Sie werden staunen. Sie sehen sie ja schon, das sieht so toll aus einfach. Das ist wirklich so schön einfach. Nur mir geht ja das Herz auf, wenn ich sowas sehe. Ich bin da ein riesen Fan von. Und wenn Sie auch mit ganz kleinem Einsatz wirklich so tolle Effekte schaffen wollen, bei Ihnen zu Hause, in der Wohnung oder dann auch draußen vielleicht im Gartenbereich, an der Hauswand, auf dem Balkon, dann sind Sie hier bei uns jetzt genau richtig in dieser tollen Sendung. Wir haben das Beste vom Besten und es wird wunderschön. Also da freut man sich richtig auf die dunkle Jahreszeit, wenn es dann so schön wird, oder? Ja, so sieht es aus. Und natürlich auch in Sachen Dekoration wird Jahr für Jahr einfach eine Schippe draufgelegt. Und die Technik, die entwickelt sich natürlich auch weiter. Und da gab es ganz, ganz viele Damen und Herren, die in den vergangenen Jahren, ja gar Jahrzehnte fleißig Lichterketten um die Bäume herum gespannt haben. Vielleicht auch um die Häuser zum Beispiel. Sie gehören vielleicht mit dazu. Sie haben auch damals die Lichterketten auseinandergepuppelt und geguckt, wo sind denn die Lichter noch intakt, wo sind sie kaputt? Erstmal dieses Auseinandergewusel hat ja schon Zeit gekostet. Und dann musste man das Ganze eben umständlich anbringen. Schauen Sie mal, heute geht das mit der Hausbeleuchtung oder auch mit der Baumbeleuchtung wesentlich einfacher, mit Laserprojektoren. Hier sehen wir es. Hier jetzt mal sehr, sehr schön, auch für Sie gleich, wie es denn bei Ihnen aussehen könnte, auf eine Hauswand projiziert. Sie haben hier einen ganz, ganz großen Bereich. Also das heißt, so eine Hauswand ist kein Problem für diesen Projektor, den Sie hier haben, der jetzt eben diesen Schneefall-Effekt hat. Was für Sie bedeutet, dass Sie jetzt hier insgesamt drei weiße LEDs haben, die dafür sorgen, dass es aussehen würde, als würde jetzt der Schnee hier entweder an der Hausfassade entlang schneiden oder eben, wie ich hier jetzt gerne auch mal exemplarisch an unserer kleinen Tanne für Sie vorgestellt, auch mal ganz toll aussieht, zum Beispiel an einem Bäumchen. Kathi, es sieht aus, als würde jetzt von oben der Schnee kommen und der Schnee eben darüber fallen. Hier, da sieht man es schön auf unserem Kunstschnee auch. Das sieht aus, als ob es plötzlich auf unserem Kunstschnee noch weiter schneien würde. Da haben wir ja gar keinen echten Schnee hier. Aber trotzdem ist dieser Effekt da. Das ist spektakulär. Schauen Sie sich das mal an. Man will das immer anfassen, aber da ist gar nichts, was man anfassen kann, weil es ja wirklich nur tolle Lichteffekte sind. Es ist super schön gemacht. Also so toll einfach und das für ganz, ganz kleines Geld. Also es ist so was, das ist wirklich wie magisch quasi. Also man will es wirklich immer anfassen und ach, so schön einfach nur. Man kommt aus dem Staunen ja gar nicht mehr raus. Also es sieht wirklich ganz, ganz toll aus hier. Für 22,75 Euro das Ganze. Also ein Traum. Möchten Sie auch so was haben? Na dann bitte gleich anrufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2, weil so etwas Schönes, das müssen Sie sich nach Hause holen. Für Ihren Balkon zum Beispiel. Für vielleicht auch die Hauswand, wenn Sie das möchten. Das ist einfach so etwas, wo man sagt, oh ja, oh ja. Es ist einfach traumhaft schön. Und das müssen wir wirklich an dieser Stelle auch noch mal betonen. Ganz, ganz toll gemacht und ebenso einfach. Schauen Sie, Sie haben normalerweise diese LED-Lichterketten überall befestigt. Die haben normalerweise eine ganze, ganze Menge Strom einfach auch gebraucht. So und dann hat man natürlich versucht, mit meterlangen Lichterketten jetzt hier ein gleichmäßiges, schönes Licht zu erzeugen. Wenn dann die Spaziergänger abends mal im Haus vorbeimarschieren, wenn die Autos vorbeifahren zum Beispiel an diesem wunderschönen großen Baum, den Sie im Einfahrtsbereich haben oder gerne zum Beispiel jetzt auch mal bei Ihnen in der Garage oder an der Hausfront, so geht es eben einfach. Einmal positioniert, ausgerichtet. Kommt übrigens auch noch eine Fernbedienung mit dazu und auch ein Timer. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Bitte, machen Sie das. Also wenn da auch noch ein Timer mit dabei ist, eine Fernbedienung, das ist doch super, super praktisch, holen Sie sich das nach Hause. Hier ganz fantastisch für 22,75 Euro jetzt mit der Bestellnummer NX 9620 und der 569. Das ist genau das, was Sie brauchen. Also sehr, sehr schön. Und da können Sie gleich zugreifen. Dann geht es aber weiter. Wir haben das Ganze noch in einer anderen Variante, die natürlich noch ein bisschen spektakulärer ist. Ja, natürlich. Selbstverständlich gibt es nicht nur diese klassischen weißen LEDs, sondern wenn Sie das wünschen, natürlich auch gerne farbwechselnde LEDs. Und deshalb haben wir jetzt für Sie einen zweiten wunderschönen, tollen Projektor hier für Sie. Eben jetzt in diesen verschiedenen Farbvarianten. Da gibt es jetzt auch wieder vier LEDs, die jetzt hier integriert worden sind, mit den Regenbogenfarben zum Einstellen. Und da, meine Damen und Herren, ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Können Sie natürlich ebenfalls mit einer mitgelieferten Fernbedienung jetzt ganz genau nach Ihrem Belieben einstellen, wie schnell jetzt zum Beispiel auch hier das einzelne Licht natürlich ganz, ganz schön einfach flackert und aufleuchtet, wie schnell dieser Farbwechsel jetzt hier vonstatten geht. Und das eben jetzt auch hier ganz toll gemacht mit der Fernbedienung zu schalten in der Blinkgeschwindigkeit beziehungsweise pulsierendes Licht. Auch hier wieder ein Timer natürlich, ganz schön gemacht. Schauen Sie mal, so kann es bei Ihnen zu Hause aussehen. Super stilvoll. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das würden Sie mit Lichterketten versuchen darzustellen. Das geht ja gar nicht. Wo kriegt man so lange Lichterketten her? Wie kriegt man die einfach so schön und einfach auch an die Hausfassade? Hier sehen wir es. Mal ganz toll mit diesem schönen Projektor gemacht. Der kommt mit einem Erdspieß. All unsere Projektoren mit einem Erdspieß. Und vor allem natürlich gerne für Sie auch, und das ist nochmal wichtig zu erwähnen, mit einem Standfuß. Spritzwassergeschützt. Hier mit der Schutzklasse IP44. Und dann eben hier ausgestattet mit diesen verschiedenen Modi. Ich zeige Ihnen gerne nochmal die Fernbedienung. Die sieht folgendermaßen aus. Da können Sie dann hier die Geschwindigkeit des Blinkens einstellen. Die Farben oder gerne auch mal nur weiße LEDs bei dem Modell, wenn Sie sich dafür hier jetzt entscheiden. Und dann wird es einfach hier eingeschaltet und dann zu Hause vom Küchenfenster aus bedient. Sehr, sehr schön gemacht. Hat so ein bisschen fünf Sterne italienisches Hotel-Flair, den Charakter, den man da kennt, wenn da gerade auch zum Beispiel in diesen großen Ressorts, in den teuren Hotels, jetzt mal so eine bestimmte Pflanze groß angeleuchtet wird. Das, was man normalerweise an den Promenaden sieht, wo man sich immer fragt, wie ist sowas eigentlich machbar? Eben mit dieser Laserprojektion hier im Jahre 2019, 2020 eben auch bezahlbar für uns zu Hause. Und da kann man gerne auch mal zwei bestellen. Das ist spektakulär. Also ich bin da wirklich immer so hin und weg. Ich finde es so schön einfach und auch so einfach gemacht, weil man die ja wirklich einfach nur aufstellen muss. Und schon hat man diese Wahnsinnseffekte, die so edel und so schön einfach wirken. Also man ist da so fasziniert von. Es sieht so toll aus. Kleiner Einsatz, super einfach gemacht und so ein Rieseneffekt, den man hier hat. Das ist einfach traumhaft schön. Also hier für Ihre Bäume, für Pflanzen, für die Hauswand, vielleicht auch für die Garagenwand sehr, sehr schön. Also schauen Sie sich an, wo Sie das einsetzen möchten, wie viele Sie auch davon einsetzen möchten, weil es wirklich ganz toll aussieht. Und dann werden Sie da sehr viel Freude mit haben. Vor allem 22,75 Euro. Das ist ja auch ein ganz kleiner Preis hier. Unser TV-Sonderpreis übrigens jetzt speziell für Sie. Also der TV-Sonderpreis ist jetzt für Sie gültig. Sie können jetzt direkt telefonisch bestellen unter der 0180 51 51 3xD2 oder auch gerne online unter www.pearl.tv. Und dann kommen diese tollen Schneefallprojektoren zu Ihnen nach Hause. Also die sind wirklich so schön. Und dieser Effekt, der ist so spektakulär. Das haben viele auch noch nicht gesehen. Da werden Sie bestimmt auch oft darauf angesprochen. Wenn Sie die dann zu Hause haben, zum Beispiel an der Hauswand am Eingang vielleicht auch oder an so Büschen oder Bäumen, schön auf eine Hecke. Wenn Sie so eine ganz klassische Hecke haben, da so ein Projektor drauf. Boah, das sieht bestimmt auch klasse aus. Schicken Sie uns ruhig mal Bilder oder dann auch Videos, wenn Sie die abends laufen haben, an redaktion.pearl.tv. Schreiben Sie, ob wir das zeigen dürfen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Bitte, bitte, bitte zeigen wir dann gerne. Das sieht so schön aus. Fantastisch. Ich freue mich schon drauf auf diese tolle Vorweihnachtszeit. Und hier kommen wir zu unserem nächsten Projektor. Ja, ganz genau. Wir zeigen Ihnen jetzt auch noch mal einen weiteren Projektor, der, wie ich persönlich finde, das Highlight schlechthin ist, weil er eben jetzt auch ohne Stromversorgung einfach von überall aus hier toll dekoriert werden kann. Und das ist einfach ein ganz, ganz schickes Highlight, was Sie hier bekommen, das mit zwei Lasersensoren einmal ausgestattet wurde, einmal mit grün. Und einmal mit rot. Und jetzt hier auch so einen ganz, ganz tollen, ebenfalls so einen Sternenregen-Effekt zaubert, der natürlich ganz toll bei Ihnen zu Hause aussieht. Nur eben, dass Sie hier noch mal unabhängiger sind, weil Sie eben mit einem kleinen Monokristallinen tollen Solarpanel arbeiten, dass das Tageslicht einfängt. Und dann eben vollautomatisch bei Dämmerung jetzt eben dieses tolle flackernde Licht hier in den Farben rot und grün auf. Zum Beispiel, wie wir es hier sehen, die Hausfassade projiziert. Gerne aber mal auch auf Ihren Lieblingsbaum. Viele Damen und Herren sagen ja zum Beispiel auch, dass Sie einfach dieses Jahr gar nicht mehr einsehen, auf den Weihnachtsbaum selbst jetzt eine Lichterkette zu integrieren. Wenn Sie ja den Laserprojektor schon schön zu Hause haben, dann können Sie den natürlich auch toll nutzen. So und so ist es eben auch für Sie vor allem ein Highlight, nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern eben auch danach zur Silvesterzeit, um vielleicht auch mal so einen kleinen Silvestereffekt an die Hausfassade scheinen zu lassen. Denn auch hier können Sie die Geschwindigkeit der einzelnen wunderschönen Leuchtpunkte selbstverständlich nach Belieben variieren und dann hier nicht nur auf die Hausfassade scheinen lassen, sondern natürlich zum Beispiel gerne mal auch auf Ihre Garage oder vielleicht auch auf eine tolle Skulptur, die Sie besitzen, vielleicht auf Ihren Lieblingsbaum in der Einfahrt, wird einfach ausgerichtet. Die sind alle mit so einem tollen Kippgelenk versehen und werden jetzt über eine einzige Schraube arretiert und befestigt und können dann entweder mit dem Standfuß oder auch gerne mit dem mitgelieferten Erdspieß sowohl auf festen Böden als selbstverständlich auch hier für Sie dann jederzeit auf weichen Böden ganz, ganz einfach befestigt werden. Ja, genau. Ganz einfach. Und das Tolle ist ja hier mit diesem tollen Solarmodul mit Akku können Sie das überall positionieren. Das ist so eine klasse Sache. Also überall, vielleicht auch mal für Ihren Schrebergarten, wenn Sie das möchten, vielleicht auch dann mitten in Ihrem Garten, selbst da, wo man wirklich niemals irgendwie normal eine Steckdose hätte, wo man Kabel hinbekommen würde, Elektrizität, da können Sie jetzt hier solche tollen Lichteffekte schaffen. Vielleicht auch für den Verein oder so etwas, wenn Sie das draußen haben möchten irgendwie. Und vielleicht auch ein Plakat irgendwie, was Sie da aufgehängt haben, schön in Szene zu setzen. Das geht natürlich dann auch. Also da hat man ja jetzt unzählige Möglichkeiten mit hier dieser tollen Solar-Akkutechnik, die wir hier haben. Das ist wirklich klasse. Vor allem jetzt für 56,95 Euro. 56,95 Euro, Ihr TV-Sonderpreis, den wir hier für Sie bereithalten mit der Bestellnummer NX6730 und der 569. Also nutzen Sie wirklich jetzt unsere TV-Sonderpreise. Greifen Sie jetzt zu. Wir haben hier beste Qualität für Sie und wir haben die tollen Preise, weil gerade diese Bestseller, die sind wirklich genial. Also das ist eine geniale Sache. Ganz, ganz herrliche, wunderschöne Lasertechnik, die wir Ihnen heute hier vorstellen. Also ich bin wirklich absolut begeistert hier davon, von diesem ganz, ganz tollen, schönen Highlight, das wir hier für Sie haben. Also ich finde, das sieht einfach nur bezaubernd aus, einfach nur wunderschön. Und da sollten Sie sich definitiv jetzt gleich für zwei Laserprojektoren entscheiden. Die sehen wirklich herrlich und traumhaft schön aus. Super. Und jetzt kommen wir zu Bestseller. Jetzt müssen wir wirklich ganz, ganz schnell sein. Da sage ich Ihnen schon mal die Telefonnummer. 0180 51 51, dreimal die zwei. Weil wir sind hier leider auf den allerletzten Stückzahlen. Wir haben nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um hier eine neue Lieferung zu bekommen. Denn die erste Lieferung, die wir bekommen haben, die war sofort ausverkauft, aber direkt, also wirklich sofort. Und jetzt kam nochmal eine neue Lieferung. Die ist aber schon auch wieder fast weg. Das heißt, hier wirklich ganz, ganz schnell sein, wenn Sie die noch haben wollen. Unsere Laternen. Ich bin so begeistert von denen. Das ist ein Highlight, das Sie dieses Jahr zu Hause haben. Und so gibt es ja, Kati, in jedem Jahr auch so Must-Haves. So Dinge, die man einfach haben muss. Modisch gesehen, aber eben halt auch dekotechnisch zu Hause. Und da spielen Sie ja immer an oberster Front mit und möchten natürlich auch hier Ihren Gästen einfach ein besonderes Highlight präsentieren. Und da kommen wir quasi zur Schneekugel, die Sie von früher kennen. Hier in der Neuaufmachung vom Jahr 2019, 2020. Sie kennen doch noch diese Schneekügelchen, die man damals geschüttelt hat, wo sich dann in der Flüssigkeit entweder ein Glitzerregen oder auch ein Schneeregen entpuppt und entfacht hat. Und auf eine wunderschöne Figur so heruntergeprieselt ist. Genau das letztlich haben wir jetzt hier in unserer Laterne in der neuesten Variante für Sie mit toller Batterietechnik. Denn hier haben Sie ebenfalls, wie Sie es von dem Klassiker gewohnt sind, diesen ganz, ganz tollen, wunderschönen Paillettenregen, diesen Glitzerregen, der jetzt hier aber durch einen kleinen integrierten Quirl unter dem Schneemann vollautomatisch aufgewirbelt wird, sodass es eben in dieser Laterne nicht nur leuchtet, sondern dass hier der Schneemann mit seiner Tanne immer und zu jeder Zeit vom Glitzer-Schneeregen umhüllt wird. Und als wäre das nicht schon Highlight genug, haben wir in dieser wunderschönen, schneienden, glitzernden Laterne auch eben diese LED-Beleuchtung, die jetzt hier auch gerne auf Ihre Vitrine ausstrahlt. Denn hier mit diesen Ausstanzungen der einzelnen Sterne im oberen Teil, im Deckel der Laterne, haben Sie dieses Sternbild eben auch an die nebenliegenden Wände oder an die Decke Ihrer Vitrine oder auch das Stellplatz, hier ganz schön projiziert und geleuchtet. Oh, ist das schön, ja. Und die können Sie überall aufstellen und hinhängen, wenn Sie möchten. Natürlich auch ein geniales Geschenk. Für 12,30 Euro ist das das Highlight mit, für die Vorweihnachtszeit, für die Weihnachtszeit, so schön einfach, diese wunderschönen Laternen. Und viele haben es ja wirklich noch nie gesehen, dass da so Wasser, eine Flüssigkeit in der Laterne ist und dann diese Glitzerpartikel da drin, also da staunt man wirklich. Vor allem für 12,30 Euro jetzt super, super schön. Hier mit der Bestellnummer NX8181 unter 569. Da kommt leider keine Lieferung mehr nach. Also da müssen Sie jetzt bestellen. Ansonsten gehen Sie leider leer aus. Und die nächste Laterne, die ist noch schöner, muss ich sagen. Die hat so einen Antik-Look und ist noch mal größer. Da kommt ja auch St. Martin, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ja, da oben, da leuchten die Sterne, da unten, da leuchten wir. Und genau das symbolisiert auch hier diese Laterne. Gleicher Stil, hier für Sie mit diesem Quirl integriert, mit diesem Glitzerregen. Nur eben, dass jetzt ein Schneemann hier in der Mitte unserer Laterne steht und dass die Laterne an sich jetzt ein bisschen anders gemacht ist. Die ist jetzt hier in dieser Messing-Optik, in diesem Messing-Kleid, so ein bisschen gebürstet von der Optik und unten jetzt ganz schön am Sockel hier mit so einer ganz, ganz schönen Zierde noch mal versehen. Sieht einfach so ein bisschen nostalgischer, bisschen antiker aus. Und das ist jetzt Ihre Geschmackssache, wo Sie jetzt Ihre Laterne hier aufstellen. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, sich beide Varianten nach Hause zu sichern, damit Sie da auch so ein bisschen Dekorationsmöglichkeiten haben oder dass Sie die jetzt auch mal schön verschenken. Ja, da können Sie sich vielleicht zwei schön auf die Kommode stellen, auf Ihre Anrichte, aufs Regal oder natürlich auch als Geschenk bei 17,05 Euro. Haben Sie gesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 50 Euro. Ja, vielleicht haben Sie die sogar selber schon im Deko-Fachgeschäft gesehen. Da kosten Sie sogar zum Teil 60 Euro dann. Ja, aber das sind die auch wert, weil es einfach richtig tolle Deko-Elemente sind, so richtige Hingucker auch sind. Das ist was Besonderes. Das ist jetzt nicht irgendwas, was man sich da nach Hause holt, so eine Kleinigkeit. Nein, das ist wirklich das besondere Deko-Highlight, an dem man auch immer wieder Freude hat, wo man immer wieder hinschaut. Das ist wirklich dieses eine Stück, dass man sich da ganz toll platziert, wo man wirklich viele Jahre dann auch Freude dran hat. Hier jetzt für 17,05 Euro. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnspreis, den wir hier haben. Deshalb nutzen Sie unseren TV-Sonderpreis, bestellen Sie vielleicht gleich zwei oder drei, gerade auch als Geschenk, wenn man das schön einpackt. Das sieht aus wie so ein Feuerwerk. Guck mal, diese Glitzerpartikel, wie schön das ist, Vivian. Ja, vor allem, was meinst du, wie toll das aussieht bei unseren Zuschauern zu Hause? So ein paar Kerzen noch mit dazu, abends mal das große Licht aus und dann hast du in der Vitrine das Funkeln, das ist ein Highlight. Ja, deshalb jetzt gleich bestellen, solange wir die noch verfügbar haben. Auch hier, die erste Lieferung, die war gleich ausverkauft, komplett. Ja, bei dem Preis kein Wunder. 17,05 Euro, so toll einfach, wenn man die überall dann für 50 Euro sieht. Dann denkt man sich, uh, das ist natürlich teuer. Aber jetzt hier für 17,05 Euro mit der Bestellnummer NX8182 und der 569. Für Sie exklusiv als Pearl TV Zuschauer, deshalb sichern Sie sich da diese wunderschöne Laterne. Das wird Ihnen so viel Freude machen, das sieht einfach toll aus. Und Freude macht natürlich auch schön leuchtende Dekorationen, gerade wenn die dann so schön gestaltet ist. Weil Licht macht uns einfach Freude. Und das sind so kleine Schneebällchen. Das sind ganz, ganz tolle kleine Schneebällchen, die jetzt nicht nur so putzig aussehen, sondern die eben auch für eine ganz, ganz tolle, schöne Optik bei Ihnen zu Hause sorgen. Durch diese kleinen Einlassungen, die wir hier haben. Durch diese Aussparungen, wo jetzt das LED-Licht vom Inneren einmal nach außen gebrochen wird. Das heißt also, diese Kügelchen, die zaubern jetzt gerade auch an ihrer Wand. Da konnten wir es ein bisschen sehen. An ihrer Wand einen ganz, ganz tollen Leuchtschnee-Effekt. Dadurch, dass eben dieses LED-Licht hier an die Wände projiziert wird. Und deshalb, liebe Kathi, machen die sich ganz, ganz toll auf Kommoden, auf Vitrinen. Die sehen wunderschön aus. Zum Beispiel auch mal mit auf den Tisch gestellt, links und rechts. Und in der Mitte vielleicht ein schickes Weihnachtsgesteck. Also das sind einfach Highlights, die wir Ihnen heute hier zeigen. Die jetzt übrigens auch brandneu sind. Ich versuche das nochmal so ein bisschen einzufangen. Hier sehen Sie es oben an der Moderationskarte. Ist natürlich hier genau oder an der Hand sehen wir es auch. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt hier in unserem hellen Studio. Es sieht aber traumhaft schön aus und wird im Zweierset hier natürlich angeboten. Oh, das ist schön. Hier auf dem Tisch oder auf der Kommode sehen wir die Spiegelung auch nochmal. Und das finde ich ist immer cool, Kathi. Wenn du so eine Dekoration hast, die eben jetzt auch noch so nach links und rechts ausstrahlt. Die jetzt einfach dafür sorgt, dass zum Beispiel ihr Tischläufer auch nochmal in einem ganz anderen Licht einfach erscheint. Oder eben, um jetzt einen Rahmen zu setzen, zum Beispiel in der Mitte ein tolles Weihnachtsgesteck. In der Mitte vielleicht aber auch ein schönes Bild, das Sie sehr, sehr gerne haben. Oder wenn Sie wollen, zum Beispiel auch, kann man ja auch mal mit den Herren reden, so einen frischen Blumenstrauß, den man dann hat. In einer schönen Vase, auf so einem Tischläufer oder mit einem ganzer Stoff. So ein bisschen zusammengefaltet, dann eben auch so ein bisschen drapiert. Und dann links und rechts sitzt hier diese Kügelchen, die dann den Rahmen bilden. Zum Beispiel auch mal schön für so eine Laterne, die Sie jetzt mittig positionieren und platzieren. Und da finde ich es wirklich toll, dass wir Ihnen hier schon gleich das Zweierset anbieten dürfen, dass Sie heute hier zu diesem sehr, sehr gelungenen Preis bekommen. Klaren Sie mal, wie schön das ist. Oh, ganz, ganz toll, oder? Hier, super, super schön schaut das aus mit diesen tollen Pünktchen, die hier abgestrahlt werden. Super, super schön, ne? Also ganz, ganz toll, vielleicht auch fürs Badezimmer. Ich kann mir die auch wirklich sehr schön im Badezimmer vorstellen, wenn man dann so ein schönes Bad nimmt, so ein Entspannungsbad und dann können Sie die wirklich sehr schön ja überall aufstellen und haben dann hier diese tollen Abstrahlungen überall im Badezimmer, wenn Sie das Badezimmer dunkel gemacht haben. Und das strahlt dann schön im Badezimmer auch an Ihre Decke. So was ist auch eine tolle Geschenkidee, ne? Sie bekommen zwei. Das ist jetzt hier das Zweierset, das wir haben für 10,40 Euro. Also es ist eine ganz tolle Geschenkidee. Da können Sie natürlich auch noch einen schönen Badeschaum zum Beispiel dann mit reinlegen in das Päckchen, ne? Also zwei zusammen für 10,40 Euro. Dann vielleicht noch einen schönen Badeschaum mit reinlegen. Und dann haben Sie ein ganz tolles Geschenk für unter 15 Euro zum Beispiel, ne? Also nur so als kleiner Tipp, weil man sucht ja immer so Geschenkideen dann auch mal für eine Freundin zum Beispiel und überlegt sich, was kann man machen. Und da ist sowas natürlich eine super, super schöne Geschenkidee für Sie vielleicht. Vor allem das ist hier ganz toll. Sie hören das? Ich halte es nochmal an mein Mikro, damit Sie das hören. Das ist Keramik, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas. Das ist ganz toll gemacht. Das ist hier hochwertige Keramik, die Sie hier im Zweier-Set auch wirklich mit einer ganz tollen Glasierung, die Keramik, ne? Super schön gemacht, wunderschön in diesem Hochglanz. Das Zweier-Set für 10,40 Euro mit der Bestellnummer N106939 und der 569. Und wir bekommen gerade schon viele Anfragen. Ja, Sie dürfen davon natürlich auch mehrere bestellen von den Zweier-Sets. Das ist kein Problem. Bestellen Sie ruhig gleich zwei, drei, vier, fünfmal das Zweier-Set, wenn Sie da natürlich auch welche verschenken wollen. Das ist kein Problem. Sie können das Zweier-Set auch häufiger bestellen, weil da haben Sie natürlich dann auch für sich selber welche und welche zum Verschenken. Und weiter geht es mit ganz besonderen Teelichtern, weil Teelichter, das ärgert einen wirklich, geht Ihnen vielleicht auch immer so, immer, dass man die, ja die brennen dann eine Stunde, zwei, zweieinhalb vielleicht mal und dann muss man sie wieder wegschmeißen. Und dann hat man immer dieses Alu, dann hat man die Sauerei mit dem Wachs, ja, dann riecht es immer, Teelichter und dann muss man die immer nachkaufen. Jetzt haben wir hier eine sensationelle Idee. Genau, ein ganz, ganz schönes, großes Set, das Sie hier bekommen. Ich halte das hier mal zu, ein Vierer-Set an Solar-Teelichtern, die Sie bekommen. Hier in der schönen stattlichen Größe. Sie wissen ja, dass es einmal diese ganz, ganz kleinen Teelichter gibt und einmal die etwas größeren. Und hier sind wir bei den etwas größeren Teelichtern. Und ich halte sie extra zu für Sie, die jetzt hier mit einem ganz besonderen Highlight versehen sind. Und das sind klitze, klitze, kleine, tolle Solar-Panels, die integriert sind. Also umweltfreundliche Teelichter, die Sie hier bekommen, die gerade jetzt zum Beispiel auch auf Fensterbänken und Co. oder auch im Außenbereich Licht einfangen. Grabdekoration ist ja auch ein großes, großes Stichwort. Viele Damen und Herren ärgern sich, dass gerade in den Leuchten, in den Laternen, an den Gräbern immer so schnell die Teelichter runterbrennen oder generell die Lichter runterbrennen. Und Sie wollen natürlich, dass jeden Abend dort ein Lichtlein leuchtet in den Laternen. Und da machen eben sich gerade diese Varianten sehr, sehr gut, weil die jetzt hier umweltfreundlich Tageslicht einmal auftanken über die integrierten Solarelemente. Diese dann speichern und bei Dämmerung vollautomatisch abgeben. Und deshalb halte ich die eben auch zu, um diese Dämmerung jetzt mal hier vorzutäuschen. Das heißt also gerade auch bei Ihnen im Außenbereich, auf den Fensterbänken, an den Gräbern zum Beispiel. Da, wo Tageslicht jetzt aufgefangen wird, wird das hier gespeichert und bei Abend kommt dann dieser flackernde Effekt, dieser wunderschönen, größeren Teelichter hier ganz, ganz toll zum Tragen und zum Scheinen. Was eben für Sie bedeutet, dass Sie super sicheres Licht haben, jetzt auch auf den Fensterbänken, um das Sie sich nicht mehr kümmern müssen, weil es eben alleine aus und an geht und immer schön leuchtet. Und zum anderen Teil natürlich auch immer super, super schön aussieht, weil es eben hier dann eine vollkommen sichere, automatische Beleuchtung ist, eben auch zum Beispiel an Gräbern und Co. Da, wo Sie halt sagen, da sollte jeden Abend das Lichtlein leuchten, aber Sie schaffen es vielleicht auch nicht, jeden Tag dorthin zu gehen. Da kann ich das Vierasset hier wirklich nur sehr empfehlen. Das Vierasset für 9,45 Euro, das Sie hier bekommen. Das ist natürlich praktisch und Sie müssen nie wieder Teelichter irgendwie nachkaufen. Sie ärgern sich nicht mehr über Wachs irgendwo rumgetropft, über Ruß, über diesen Geruch von den Teelichtern, wenn die dann runterbrennen. Nein, Sie haben hier wirklich Teelichter, die Sie überall perfekt einsetzen können. Dank hier Solar und dank eines Dämmerungssensors gehen die auch immer automatisch bei Dunkelheit dann an, wenn Sie sie einmal angeschaltet haben. Das ist natürlich ein riesen Komfort für Sie. Das Vierasset für 9,45 Euro mit der Bestellnummer NX8357 und der 569. Also hier direkt dann bestellen. Sie können es natürlich auch gleich zwei- oder dreimal bestellen, wenn Sie da mehrere von brauchen für Ihre ganzen Laternen, für alles, was Sie da so bestücken wollen. Also eine ganz, ganz clevere Sache, sehr, sehr schön gemacht. Und vor allem auch hier diese große Variante mit diesem tollen Flacker-Effekt übrigens. Genau, hat eben auch diesen Candlelight-Effekt, diesen flackernden Effekt hier an den Leuchten. Sie sehen es, sieht traumhaft schön aus. Wie gesagt, wenn Sie da vielleicht auch eine Option zum Grablicht suchen, können Sie es auch gerne mal mit denen ausprobieren oder eben für Sie für zu Hause. Ich meine, das Vierasset kann man ja auch öfter bestellen. Ja, bestellen Sie vielleicht gleich zwei- oder dreimal. Das ist ja wirklich eine tolle Sache bei vier Stück für 9,45 Euro. Das rechnet sich ganz, ganz schnell. Weil wenn man immer Teelichter nachkauft, da ist man dann wesentlich teurer dann direkt. Deshalb hier gleich zugreifen für 9,45 Euro. Und es geht weiter mit toller Dekoration für den Innenbereich. Und da haben wir was ganz, ganz Spezielles für Sie vorbereitet. Das wird wunderschön. Unsere tollen Schriftzüge, die wir hier haben in unterschiedlichsten Varianten. Also wirklich ein Traum. Da bin ich richtig begeistert. Die habe ich schon ganz oft verschenkt, muss ich sagen. Die habe ich schon ganz oft verschenkt und die sind jedes Mal so gut angekommen. Sind einfach richtig, richtig toll. Ich muss ja ehrlich gestehen an dieser Stelle, dass ich die auch zu Hause habe. Ich habe die mir damals, als wir die das erste Mal vorgestellt haben, gleich auch selbst bestellt. Weil ich einfach so hin und weg davon bin. Das sind einfach so Schriftzüge, die man ja ganz, ganz oft findet. So willkommen oder halt eben hier in diesem Fall jetzt Home bei der ersten Variante. Sprich zu Hause, ihr trautes Heim, ihre Heimischen für Wände. Nur eben jetzt noch viel cooler aufgemacht. Denn dieser klassische Schriftzug im Großbuchstaben hier Home ist jetzt hier mit Spiegeln im Inneren versehen. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen und erkennen. Und jetzt ebenfalls mit kleinen LED-Lichtern. Und dadurch wird jetzt dank des Batteriebetriebs ein tolles, tolles, ich finde schon Hollywood-mäßige Licht jetzt hier in diesen Schriftzug quasi mit eingebracht. Und das sieht natürlich auch traumhaft aus. Ich sage Ihnen gerne, wo ich die dekoriert habe. Genauso wie Sie habe ich natürlich auch an meinem Fernseher eine schöne Kommode stehen. Und da habe ich zum Beispiel den Schriftzug jetzt in so eine, das sieht aus wie so eine Aussparung für eine Schublade, aber eigentlich sollte da keine sein. Also Sie kennen das. Je nachdem, wie die Vitrinen gestaltet sind, haben Sie da ja auch einfach so Abstellbretter. Und da habe ich jetzt einen Schriftzug hier mit Home einmal integriert. Und was ich ganz, ganz schön finde, ist, dass eben hier jetzt auch durch diesen Spiegel der Boden nochmal reflektiert wird. Das heißt also, gerade wenn Sie jetzt darum zum Beispiel auch so kleine Tannenzapfen legen oder wenn Sie jetzt auch hier zum Beispiel Weihnachtskugeln bald hinlegen werden, dann wird eben dieses Bild des Bodens nochmal in diesem Schriftzug hier gespiegelt, was wirklich unheimlich schön aussieht. Übrigens auch sehr, sehr schön zum Beispiel für den Schminkbereich, Home oder Love zum Beispiel oder jetzt gerne auch als Geschenk. Denn Kathi, wir selbst kennen es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel an diese Hollywood, an diese Masken denkt, wo es diese Spiegel gibt mit diesen schönen großen Glühbirnen am Rand, dann ist das eben vom Design her hier sehr, sehr nah mit unseren Schriftzügen daran gelehnt, was eben jetzt auch nochmal diesen Glamour-Charakter in die heimischen Verwände bringt. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe die halt auch wirklich verschenkt. Ich habe zum Beispiel das Home habe ich verschenkt an eine gute Freundin von mir. Die ist umgezogen in ein Haus jetzt mit ihrem Mann und ihren Kindern und da habe ich halt dieses Home mit verschenkt, unter anderem in einem schönen Korb. Also das fand ich ganz toll, halt zum Einzug quasi als Einzugsgeschenk. Wir zeigen gleich noch zwei weitere, kann ich auch sagen, wohin ich die verschenkt habe. Sehr gerne, sehr gerne. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Geschenke. Ich finde, sowas kann man immer im Schrank haben, weil es kommt immer der Moment, wo vielleicht auch ihr Sohn, ihre Tochter in die erste eigene Wohnung zieht. Da kann man so ein Home-Logo wirklich ganz toll verschenken. Und bei denen steht das jetzt zum Beispiel, ich war neulich erst wieder bei ihr, im Eingangsbereich im Flur. Die haben da so eine, wie so eine kleine Anrichte stehen, wo auch so die Schlüssel und alles liegen, wo man Jacken aufhängt. Da steht das Home-Logo. Also das sieht jeder gleich, der bei denen reinkommt zum Willkommensgruß quasi Home. Total süß, finde ich das. Also entweder so, ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Aber was ich eben auch schön finde ist, Kathi, dass diese Schriftzüge und das sage ich Ihnen ehrlich, bei mir auch das ganze Jahr über stehen. Das ist jetzt eben nicht nur eine Weihnachtsdekoration, sondern auch etwas, das kann jetzt im Herbst stehen, das werden Sie im Frühjahr stehen lassen. Sie werden vielleicht so diese Randdekoration ein bisschen verändern, aber der Schriftzug, der bleibt stehen. Ein tolles Geschenk, ist wirklich ein ganz tolles Geschenk für Sie auch, vor allem 12,30 Euro. Wir kommen zum nächsten und das ist Love. Und Love ist wirklich so schön. Also das können Sie sich selber natürlich nach Hause holen oder auch toll verschenken. Ich habe es auch verschenkt zu einer Hochzeit. Also kann man natürlich dann auch super verschenken. Love, hier auch 9,45 Euro Love. Das ist so toll. Holen Sie sich auch eins nach Hause für Ihr Schlafzimmer, würde ich sagen. Ich war, war das letztes Jahr? Ich glaube es war letztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher. Letztes Jahr in Amerika und da war in Las Vegas zum Beispiel auch genau in diesem Schriftzug ein ganz, ganz großes Herz. Und dann eben mit diesem Love in roten Buchstaben, riesengroß, jetzt mal wiederzufinden, so als Fotokulisse. War traumhaft schön und jetzt holen Sie sich auch hier wieder und ich möchte es wirklich betonen, diesen Glamour-Flair nach Hause, diesen wunderschönen Flair. Jetzt hier eben mit diesen Spiegelflächen, mit diesen einzelnen Lichtern hier natürlich jetzt für Sie in der etwas anderen Schriftvariante, beziehungsweise mit einem anderen Wort Love, das Sie hier haben. Katja hat es gesagt zum Verschenken, wunderschön. Ganz oft ist es ja auch so, dass man nicht weiß, wie man Geldgeschenke zum Beispiel verschenken soll. Auch da kann ich mir jetzt schön vorstellen, dass Sie hier vielleicht Geldscheine falten und die links und rechts zum Beispiel hier mal befestigen, dass Sie vielleicht noch ein paar Bonbons mit dazulegen, das Ganze zum Beispiel schön auf eine Platte stellen und dann jetzt mit einer Klarsichtfolie mal einpacken, dann hat man eben auch so ein Geschenk, das man übergibt, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und Sie können jetzt auch direkt mehrere bestellen, wenn Sie möchten, können die natürlich auch kombinieren, wenn Sie wollen. Das ist ja kein Thema, ne? Also wenn Sie jetzt hier Home schon bestellt haben, schauen Sie, zack, die passen natürlich auch übereinander. Das ist kein Problem. Das können Sie natürlich schön machen. Das sieht auch ganz toll aus. Und wir zeigen gleich noch die dritte Variante. Auch da kann man dann toll mit dann variieren, wenn Sie möchten. Gucken Sie mal, da kommt noch X-Mas dazu. Zeigen wir Ihnen gleich, ne? Das ist wirklich ganz, ganz toll. Guck mal hier, da kannst du auch X-Mas und Love machen. Oder Love X-Mas. Guck mal hier. Ja, genau, das wollte ich gerade. Zack, zack, zack. Hier. Love X-Mas. Wenn Sie auch Weihnachten so sehr lieben, Love X-Mas. Das ist doch toll. Wow, auch mal so für so ein Ladengeschäft oder sowas kann man das wirklich sehr schön machen. Wenn Sie so ein kleines Lädchen irgendwie haben. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Ist das toll. Und X-Mas hier für 10,40 Euro. Das ist natürlich hier die Variante, die wir jetzt zeigen. X-Mas. Superschön. Oder Sie stellen die eben auch mal so nebeneinander. Das kann ja auch sein. Sie lieben das Weihnachtsfest. Dann stellen Sie halt einfach Love X-Mas hier jetzt mal so nebeneinander. Das sieht auch schön aus. Also das können Sie natürlich nach Belieben jetzt kombinieren. Und deshalb macht es natürlich Sinn, auch alle drei Schriftzüge jetzt hier einfach zu Hause zu haben. Gerade X-Mas. Hier auch wieder dieser amerikanische Hollywood-Flair. Christmas ist natürlich gemeint. Umgangssprachlich auch sehr gerne als X-Mas betitelt. Auch hier wieder alles in der gleichen Größe genommen. Deshalb schön übereinander stapelbar. Alles ganz traumhaft schön gemacht mit diesem Spiegel und den einzelnen LEDs. Und jetzt habe ich Gott im Himmel noch eins vergessen. Das wollte ich Ihnen noch schnell sagen, warum ich mich vor allem auch für die Pöll-TV-Dekoration entschieden habe. Die haben ja einen Timer integriert. Und ich finde das so schön, dass wenn ich die abends einmal um 8 Uhr vollautomatisch einschalte, also einmal manuell einschalte, dass sie dann jeden Abend wieder um 8 Uhr leuchten. Und es dann sechs Stunden lang sich danach automatisch ausschalten bis zum nächsten Tag um 8 Uhr. Und ich finde das eben schön, wenn man nicht überall dann immer alles anmachen muss, sondern man kommt nach Hause und alles ist schon fertig eingeschaltet und leuchtet. Das geht dann automatisch. Dann wird man gleich automatisch hier von so schönem Licht empfangen. Das kann bei Ihnen zu Hause auch sein. Dank Timer-Funktion, die hier integriert ist. Unsere Zahlen, Schriftzüge. Home mit der NX 7703 und der 569. Love hat die Bestellnummer NX 7702 und die 569. Und X-Mas mit der NX 7701 und der 569. Jetzt für Sie zu den TV-Sonderpreisen zu bestellen, rufen Sie schnell an, weil die sind wirklich wunderschön. Und ein richtig geniales, ja, was ist es denn eigentlich? Ist das ein Spiegel oder ist es auch eine Lichtdekoration? Ich weiß es gar nicht, hast du uns mitgebracht? Aber da, das ist wirklich so, da denkt man sich, boah, da kann man sich drin verlieren. Super, finde ich für den Flur auch ganz toll für die Anrichte. Also der liebe Matze, unser Aufnahmeleiter, der hat mir diesen Spiegel eben nochmal vorbeigebracht und hat gesagt, Vivian, aber schau bloß nicht rein. Ja, weil man würde sich unendlich sehen. Schauen Sie mal, ein ganz, ganz toller Spiegel, der jetzt, egal wie ich ihn drehe, wunderbar aussieht, weil der hier ganz clever gemacht wurde. Schauen Sie, das ist jetzt ein Stern, den Sie erstmal bekommen, der mit einem Spiegel im Inneren versehen wurde. Im äußeren Kranz des Sterns befindet sich jetzt eine LED-Lichterkette, die befestigt wurde. Und durch einen spiegelnden Effekt haben Sie jetzt eben diesen unendlichen Lichtermeereffekt genau hier in diesem Sternchen. Sie sehen, es sieht aus, als wären hier zahlreiche Lichterketten bis irgendwo hin ins Nirvana befestigt wurden für Sie. Und das verleitet natürlich gerade dazu, dass man sich in diesem Stern hier verliert. Und vor allem, dass man natürlich auch hier eine Dekoration bekommt, wo man einfach zwei-, dreimal hinschaut. Kann man mal reinfassen. Ja, weil man denkt, das hat so eine Tiefe, ne? Ja, das ist irre. Das ist aber auch toll für die Wände hier gedacht. Schauen Sie, diese Tiefe ist eben eine optische Illusion, die Sie bekommen, die auch wieder diesen Hollywood-Flair nach Hause bringt. Finde ich wirklich traumhaft schön. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, davon zwei mal auf einer Kommode gestellt, gerne aber auch aufgehangen, wenn Sie wollen. Hinten befinden sich zwei Ösen, um diesen Stern auch gerne aufhängen zu können. Oder mal eben über dem Bett zum Beispiel befestigt, im Eingangsbereich oder auch hier wieder als Geschenkidee. Wirklich traumhaft schön. Vielleicht schreiben Sie dann, wenn Sie diesen Stern verschenken, auch noch was Schönes mit in die Mitte zum Beispiel mit einem permanenten Stift. Und sagen, für die unendliche Liebe meines Enkelkinds zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Sie Ihrer Kreativität jetzt hier natürlich freilauf lassen können. Ist das schön, für 16,10 Euro hier unser sternförmiger Unendlichkeitsspiegel, der einfach nur faszinierend ist. Also ich will da auch die ganze Zeit immer, und man will immer reinfassen, weil man denkt, geht es da wirklich in die Unendlichkeit? Ist ja spannend, ne? Hier die Bestellnummer für Sie, die Enix 81, 72 und die 569. Also der ist richtig cool, ne? Das ist auch ein geniales Geschenk, finde ich, weil man immer, man will es selber haben, man will immer wieder reinfassen. Das ist super, super schön, hier der Unendlichkeitsspiegel, 16,10 Euro und unsere tollen Schriftzüge für Sie nochmal. Home, Love und Xmas, wenn Sie die bestellen möchten, bitte dann auch hier schnell sein, dass Sie die alle bekommen. Und zwar, Sie dürfen natürlich da auch mehrere bestellen. Wenn Sie sagen, ich möchte ein Home für mich, ich möchte auch welche zum Verschenken haben, kein Problem. Alle Produkte aus dieser Sendung jetzt auch nochmal unter www.pearl.tv, weil wir haben ja auch hier nicht nur unsere Schriftzüge gezeigt, nicht nur den Spiegel. Wir hatten auch am Anfang der Sendung unsere tollen Schneefall-Effekt-Lampen und unseren tollen Projektor für die Außendekoration. Wir haben Ihnen unsere tollen Lampen gezeigt, diese tollen Effekt-Lampen, die dieses Glitzer in der Mitte haben mit dem Schneemann und mit dem Weihnachtsmann. Das sind die letzten, die wir überhaupt bekommen haben, die letzte Lieferung. Wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Deshalb auch da wirklich jetzt bestellen, damit Sie die überhaupt noch bekommen, weil was weg ist, ist weg. Jetzt haben Sie hier noch die schöne Auswahl, die wir Ihnen gezeigt haben. Momentan ist das alles noch verfügbar, aber was dann weg ist, ist weg. Wir zeigen wirklich immer tagesaktuell, was noch verfügbar ist. Ja, und vor allem hier noch verfügbar für Sie dieser wunderschöne Stern mit diesem Spiegeleffekt und eben mit dieser tollen Leuchte bzw. der LED-Umrandung, die jetzt eben hier diese Unendlichkeit vortäuscht. Traumhaft schön, muss ich Ihnen ehrlich sagen, werde ich mir auch bestellen. Aber Kathi hat schon gesagt, tolle Highlights, die wir heute im Gesamten hatten. Greifen Sie da bitte zahlreich zu, dann haben Sie eben auch schon alles zu Hause, Kathi. Und da ärgert man sich auch nicht, dass man zu hohe Preise zahlt oder irgendwo an der Kasse stehen muss. Ja, also du stehst jetzt nicht irgendwo an und du bekommst auch noch wirklich die besten, die schönsten Sachen, weil jetzt momentan haben Sie hier noch die Auswahl, auch so kleinere Geschenke. Wir haben ja gesehen, gerade hier unsere Schriftzüge, die ja so schön sind. Für hier 10 Euro so ein Schriftzug, das ist eine tolle Geschenkmöglichkeit, ein kleines, schönes Geschenk. Kann man ein bisschen was zumachen, ein paar Kekse und so weiter. Da hat man schon diese Kleinigkeiten an Geschenken, die man ja immer für Weihnachten, für Nikolaus und so weiter braucht, zusammen. Das ist wirklich eine klasse Sache, wenn Sie jetzt hier bestellen, weil jetzt bekommen Sie es noch. Also Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit anzurufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.